So, Ladies and Gentlemen, welcome back. Willkommen zu Rüsch. Ja, ich habe ja jetzt hier etwas länger nicht mehr aufgenommen. Und das lag daran, dass ich halt eben im Schulaufgabenstress war. Eine richtig fette Schulaufgabe gehabt. Äh, was machen wir denn da eigentlich noch? Wann wird da endlich ein richtiger Kühlschrank draus und das Schwert will ich eigentlich behalten. So, dann schauen wir mal. Oh, denen geht es ja richtig gut. Und es laggerte. Achso, ja, hier waren wir ja noch am Bauen. Äh, so viel Erde ist... Und schön. Genauso wie der Kies, der ist auch unschön. So, äh, ja. Ich könnte ja jetzt mal wieder gleich drauf loslabern, aber ich will mal gechillt angehen. Die ganze Sache. Ach du, das sehe ich ja da gar nicht. Ich glaube, ich schlimm. Äh, hier. Ähm, ich hoffe mal, dass hier nicht wieder irgendwie Skelett kommt und meint, hier Superman zu spielen. Oder was auch immer er es gespielt hat. Denn das fand ich nicht so schön. Besonders das Lustige war ja auch noch, der Ton war weg. Warum auch immer, das habe ich auch noch nicht so ganz kapiert. Warum in der letzten Session der Ton auf einmal weg war. Und da fehlte uns erzhaft noch Stein. Gibt's denn das? Ah, schön. Es growt weiter. Es growt. Ah, das sieht schön aus. Naja, ich glaube, ich habe doch noch irgendwo Fans. Ja, ich bin halt schon wieder etwas verschnupft. Ich habe es hingekriegt, wieder krank zu werden. Ja, mein Knie ist auch nicht das Beste gerade. Mein linkes Knie habe ich mir irgendwie auch. Ja, äh, kann man es irgendwie nicht ausdrücken? Nee, kann man nicht. Äh, für, keine Ahnung, für uns. Was auch immer. Äh, hatte ich nicht mal irgendwie noch Fans, Gage, Fans, Dingens, Bomens? Anscheinend nach nicht. Also, dann, äh. Boah. Boah. So, ah. Es growt. Ich glaube, ich kann nicht drüber laufen. Ich kann nicht, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es geht. Ja, ja. Außer, wenn ich jetzt springen würde. Dann wäre es fatal. Oh. Abfarm. Ist doch eigentlich auch eine ganz gute Neuerung, finde ich. Dass du jetzt einfach drüber laufen kannst. Weil andersrum war es halt immer irgendwie voll anstrengend. Ich dachte, ich habe gerade zwei Schafe. Okay. Was können wir machen? Wir können, äh. Mal schauen, wie viel Uhr es ist. Es ist ungefähr Mittag. Kurz nach Mittag. Äh. Sagen wir mal, ein Uhr ist das. Ach, ja. Stimmt. Ja, jetzt ist ja schön. Das ist ja. Okay. Äh. Hopp. Thema. Thema wird es wahrscheinlich heute nicht geben, denn es wird ein kürzerer Part. Traurig. Aber. Ich könnte mir mal auch hier so eine Art Hafenstationen hinbauen. Hä, aber wo genau hin? Das, äh. Ist jetzt hier die Frage. Es wäre doch mal was Schnikes. Ja, wie wäre es, wenn wir die gleich hier hinbauen würden? Sieht für mich so einladend aus. Ja, dann machen wir das. Machen wir aus Holz, oder? Ja. Natürlich. Aus was denn sonst? Äh. Hopp. Oh, haben wir aber gerade noch etwas sehr wenig Holz. So, wie wird denn da das aussehen? Hier kommt ein Boot rein. Und ich glaube, das war es auch. Schon. Ach, schade. Falsch gesprungen. So, dann kommt der. So. Da ab. So. So. So machen wir das. Aha. Ja, so ist alles ganz natürlich. So. Ähm, es wird jetzt erstmal so provisorisch da nicht stehen bleiben, aber wo habe ich hier Sand da? Ähm, hier. Äh, hopp. Sand, Sand. Hier. Tür auf. Schön, wie die Tür da aufgegangen ist, ne? Und ich glaube, das ist gar kein Update. Das hat mir jemand geschrieben und ich... Ich habe es irgendwie wirklich gedacht, aber... Das ist schon Ewigkeiten so. Äh, was mache ich denn da dran? Doch. Warte mal, wie viel brauche ich denn? Eins, zwei, drei, vier... Das ist mal... Das sind acht. Acht. Acht, was ungefähr heißt... Dass ich noch mehr brauche. Keine Ahnung, wie viel ich gerade brauche. Äh, höp. Acht brauche ich doch, oder? Hoffen wir es mal. Ja, nee, du... Ach, hätte ich eigentlich was weglassen können. Hä? Hä? Oh, war doch richtig. So, dann kommt hier ein Boot rein. Oh, es wird so langsam dunkel. Das heißt, dass wir Monster spawnen lassen. Also, so lange warten, bis wir uns zu spawnen. Und dann... Heißt es... Monster fight. Oder kill. Äh. So, jetzt bleibt es da erstmal. Ach so, ach so, ja. Schließt sich ja wieder. Traa, la, 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 la. So, eins, zwei, da. Uh. Und wo ist was gespawnt? Entschuldigung, dass ich gerade so ins Mikro gepustet hab. Aber ich hab das Gefühl, dass ich gleich husten muss. Na, okay, das entschuldigt es nicht wirklich, aber... Schokolade. Ja, der Anfang vom Hafen, von unserem kleinen Mini-Hafen, der sieht doch schon ganz schnieke aus. Finde ich. Und ich glaube, ich sollte mal ganz, ganz, ganz kurz was schauen. Ja. Genau, stimmt ja. Äh... Ist denn jetzt hier schon eins? Oh, ja, da ist schon eins. Aber ich glaube, ich darf jetzt nicht auf dem, äh, unbepflanzten Teil rumlaufen. Warum auch immer. Das, äh, ergibt wieder weniger Sinn. Oh, das... Das hat irgendwie so einen gewissen... Flair, finde ich. Ja. Alter. Habt ihr Probleme da drin? Guck mal hier, die Eier, 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 ne. Stirb. Oh, schade. Oh mein Gott, warum ist hier ein... Äh, Erdblock. Ein ganz normaler. Ha, 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 ha. So, was, was, was mache ich jetzt? Stimmt, das hatte ich mir auch schon überlegt, aber... Nein, 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 nein. Ich baue jetzt erstmal hier weiter. So, der wird jetzt auch noch überdacht. So ein bisschen der Hafen. So. Haha, fertig. Scherz, da kommt natürlich noch was hin. Bloß, was, das, äh, weiß ich gerade selber noch nicht so hundertprozentig. Können eigentlich Enemans auch Blöcke setzen, das frage ich mich gerade. Ich hoffe mal, ich habe Saplinks. Ja, habe ich. Weil, irgendwie gibt es hier doch so ein Sapling-Problem gerade. Oder ist das nur wirklich nur bei mir? Und zwar immer irgendwie auch auf dem Server hatte ich das gleiche Problem. Also, auf mehreren. Ja, keine Ahnung. Bau hoch. Thema. Thema in, äh, nichts einfallen. Aha, nettes Thema. Ist hier irgendwo noch was? Ich fand das letztens. Ich habe es letztens wieder, äh, Part von Debito gesehen. Und da hat er die einfach irgendwie durchgesehen. Ich habe es nicht gepeilt, wie er es gemacht hat. Das ist mir ein Rätsel, wie er das gemacht hat. Ah, da ist sogar ein Sapling. Halleluja. Oh Gott. Realize the Realize. Hatten wir noch nie in diesem Let's Play. I ask what's real. Open up your eyes, open up your eyes. Oh, fail. It was the truth, real life, real life. Adam, ah ja. Okay. Ja, ich habe hier noch gar keinen Plan, was es hier genau für ein Gebäude wird. Also, wie es das Aufgebot sein wird, am Ende. Open up your eyes. Break out a knife. Oh, ich habe schon eine Idee. Äh. Dafür muss ich aber noch mal ganz schnell zurück. Warum habe ich da eigentlich schon ein Fenster eingesetzt? Äh. Wow, sechs Stück kommen da raus. Ist das neu? Ich dachte, da kamen nur drei raus. Da kamen doch immer nur drei raus. WTF? What the fuck? You're right. Open up your eyes. Open up your eyes. Oh. Nein. Real life. Ah. Zu schönes Lied. Meins. Warte mal, warum? Egal. Warte mal, wie viel brauche ich noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind acht, sind, äh, zwölf. Zwölf, äh, ja. Okay. Okay. Ähm, hier. So. Und jetzt kann ich das eigentlich auch mal da drauf hauen. Daldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldaldald Regenschutzdach, irgendwas. Ja, so finde ich das ganz schnieke, dass unser Hafengebäude ist doch was schnieke. Aber, warte mal, es kommt jetzt hier raus an den beiden Ecken, da weiß ich noch was besseres reinzusetzen, damit das so einen alten Hafenflair bekommt, das ist so ein altes Hafengebäude. So, nur Holz wäre jetzt langweilig gewesen. Ah, doch, 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 das ist geil. Es gefällt mir, unser Hafenhäuschen. Es war jetzt einfach mal so eine spontane Idee. Und, äh, oh. Ja, dann wird es hier ein etwas längerer Part. Mach jetzt noch eben schnell die Türen. Und dann heißt es auch schon wieder, bis zum nächsten Mal, ne? Und so. So, hier nur noch die Türen. So, damit sage ich jetzt dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin.